Hi Leute, hier ist Giovanni von der SIA Media AG. Heute mal ein Video auf Hochdeutsch. Das hat der Grund, dass halt viele mich gefragt haben, ob ich nach einem Video auf Hochdeutsch machen könnte. Ja, das geht. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, like das Video und aktiviere die Glocke, dass du wieder wichtige Informationen kriegst, sobald ich wieder ein Video hochlade und jetzt geht es eigentlich schon los. Der Kunde Moosfrei wollte natürlich mit Fassadenreinigung gefunden werden und das habe ich auch soweit begriffen und wir konnten das auch grundsätzlich umsetzen, weil er genau das gemacht hat, genau gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Und ja, wenn ich bei Google nach Fassadenreinigung suche, dann kriege ich oder spucke mir Google schon mal die ersten Werbungen an den Kopf, dann kommt der Google-Eintrag. Wir haben hier ein Fassadenreinigung CH, wir haben hier Simplex und hier kommt auch bereits auch Moosfrei und Moosfrei ist ein Kunde von mir und wir konnten ihn eigentlich wirklich seit Jahren betreuen, also wir sind seit fünf Jahren jetzt bei mehr Kunden und wir konnten ihm diese Position eigentlich gewährleisten, weil er genau Schritt für Schritt das gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Die Frage ist einfach so, klar, ich kann nicht jeden Fassadenreinigen auf Platz eins bringen, weil das ist Konkurrenzkampf. Ich suche immer jemand aus der Branche, der wirklich daran interessiert ist, eine professionelle Suchmaschinenoptimierung durchzuführen und es ist nicht mal wichtig, dass ich zehn verschiedene Maler habe oder Schreiner, sondern immer nur einer aus der Region, weil die natürlich dann auch regional gefunden werden möchten. Es ist möglich, aber du musst genau das machen, was ich sage. Wenn du Interesse hast, den Weg einzuschlagen, dann ruf mich doch an.